Musik Moin moin und herzlich willkommen liebe Leute. Ich bin die Zementende, wir spielen L.A. Noire und fahren in die Bar. Das reint sich nämlich. Ich weiß nicht warum, ich habe zwischen den Folgen gerade einfach mal spontan umentschieden. Dass ich vielleicht erst noch in die Bar fahre, bevor wir uns dem Obdachlosen stellen, denn meine Vermutung oder meine Hoffnung ist, dass wir da eventuell noch weitere Beweise finden. Wir lassen Rusty mal fahren. Ähm. Dass wir da eventuell noch ein paar Beweise finden, bevor wir den eventuellen Täter stellen und dann können wir ihn vielleicht gleich mit mehr Beweisen interviewen. Vielleicht ist das hilfreicher, ich weiß es nicht. Und deswegen gucken wir mal. Ja, ich Satz. Dun-dun-dun-dun-dun-dun. Was ist ein kleiner Projekt? Gents? Drink? Phelps & Galloway, LAPD. Ich bin Benni Cliff. Das von Theresa Terrelsen? Ja das ist. Ich hörte es auf der Radio. Sie sagten, es war der schwarze Dahlia-Freak wieder. Gott sei Dank. Ich hab den Mann von ihr gesammelt. Der Babysitter sagte, er war raus. Wenn du nicht mindest, haben wir ein paar Fragen. Welche Zeit hat Theresa geblieben? Um 10.30 Uhr, ich glaube. Auf dem Fuß, in einem Auto, am Bus? Wie war es? Sie hat ein Fahrzeug geblieben. Habt ihr das Nummer? Natürlich, ich habe das. Ich mag Theresa. Die einzige Zeit, die sie einen Trink hat, ist, wenn Dinge nicht so gut gehen. Ich war über sie. Ich kann nicht entscheiden, zwischen dem Tuna-Fisch und dem Kuck. Ah ja, da unten steht es. Ein Gin Ricky. Naja, 3, 5, 2, 3, 2, 3, 3, 5, 9, 1. Sie sollte bemerkbar sein. Naja, was hat es mit dem Landstreiche? Kennst du den? Wer war sie mit? Wir haben Reportungen über einen tall, gaunt-schauenden Hobo. Er war nicht hier letzte Nacht? Ich bekomme viel Bumms in hier. Aber nichts, um diese Deskription zu befinden. Die Wahrheit ist, dass er jemanden hier mit dem, sie töten hat. Gib es auf, Benni. Alles klar, zwei Creeps, wir all over her. Ich versuchte, dass sie zu tanzen. Du hast diese Leute einen guten Blick bekommen? Natürlich, ich habe einen guten Blick. Eine von ihnen war ein Seiler, in Uniform. Er ist Kapps, uh, USS Indiana. Und der andere Mann? Der andere Mann ist Richard Bates. Er sitzt in der dritte, gerade in der Nähe. Red polo shirt. Mit dem reden wir gleich auch noch. Keine Idee, wo sie hielt? Nein, ich habe das nicht gehört. Der Mann sagte, sie wollte tanzen. Und sie wollte immer tanzen, wenn sie trinkt. Sie wollte mit einigen Leuten sprechen und hat sie zu einem der Tanzhäuser. Danke für deine Hilfe, Herr Clough. Wir nehmen dich von hier. Hey, kein Problem. Das ist Bates. Das ist er. LAPD, nicht mich schießen, du verdammt. Ich kann nicht den sonnigen Mann wegwerfen lassen. Bates, wir wollen nur sprechen. Komm, du musst fahren. Geh in und fahren. Das war einfach ein Faktum, lieber Rusty. Das ist schrecklich. Ich glaube nicht, der Körner würde zurück in die Bar, wo er den Vick in der Körner kennengelernt hat. Lester, ein Kreatur des Habit ist dein Körner. Für ein paar Grunde sind sie für eine Routine. Komm schon, Phelps, du lässt ihn diese Lust von dir wegwerfen. Ja, nee. Nicht aufgrund der Körnern. Nicht aufgrund der Körnern. Nicht aufgrund der Körnern. Er zeigt dir, wie es ist. Vielleicht sollten du nicht auf mich wartet, Phelps. Ja, du bist witzig, wenn du nicht so blöde gewesen wärst, dich da, äh, ähm, quasi ihm zu sagen, dass wir von der Polizei sind und dich da so auf 100 Meter, das wären ja erst mal uns hingehen können. Phelps, du musst mich näher bringen. Mach mal deinen Job da. Das würde ich auch mal sagen. Ja, das hoffe ich für dich. Ich brauche das nicht. Schau mir deine Hand. Was ist passiert? Okay, Bates. Du wirst ein paar Fragen antworten. Ich habe eine Wahl in diesem. Letzte Nacht, du warst mit einer Frau in der Bar. Jetzt ist sie tot. Und dein Gesicht ist alles verbrannt. Ich bin klar auf das. Sie hat einen Säler preferiert. Du kannst es auf ihn legen. Sind wir fertig? Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich kaufe dir das nicht ab. Du willst meinen Partner, dich zu schrauben? Sag uns, was wir wissen wollen. Sie war okay. Drunk. Pissed off at her olden Mann, wanting to go dancing. Ich dachte, ich würde sie mit ein paar Drinks gehen und meine Ende wegwerfen. Sieht so, dass du Salty die gleiche Idee hattest. Aha. Also, was hat passiert, als du die Bar verlassen hast? Ein Säler-Berl hat einen auf mich. Einen Schraubsch. Nachdem, ich weiß nicht. Quatsch nicht. Hm-hm. 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 Schraubsch in einem Schraubschirm, find ihm eine seltene Säle. Richard hier weiß das Problem. Ah ja, stecke mehr Schaden weg, ohne umzufallen. Nö, ich mag unser jetziges Outfit, auch wenn es vielleicht gar nicht so hilfreich ist. Da hinten ist ein Telefon, das leuchtet. Ich weiß zwar nicht, warum wir das benutzen wollen, aber wir wollen es anscheinend benutzen. Phelps, 1247. Wie kann ich mir helfen, Detective? Ich brauche einen APAE auf einem gelben Fahrrad, Nummer 3591. Ich frage den Dispatch, um alle Anerkennungen zu dem Auto 11k. Kein Problem, ich komme auf die Radio. Danke. Ähm, dann fahren wir jetzt zum Obdachlosenlager. Würde ich sagen. Hier Kollege, du musst auch mal wieder fahren. Ja, 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 Case Notes. Wie kann ich das riechen? Alkohol und schlauere Schmerz. Du weißt, ich bin hier mit etwas. Sehr lustig. Oh. Oh. Killing, make you feel powerful. We need to fight for it. Yeah, yeah. Zack, Zack, Zack. Zack. I hope you don't need help with. What's your name? Comrade Stahler. Very funny. We'll find out from your personal effects. Stuart Ackerman. You're under suspicion for murder, Ackerman. We're taking you downtown. You, you can't do anything more to me than what the Japanese have already done. The Kremlin's over here, Phelps. Toss it, see what you find. Yep. Zeitung. Cut scene. The Kremlin. Still working, Jack. I'm off to the lighthouse club in Santa Monica. Hello, Jack. Mr. Benson, this is Courtney Sheldon. He's a buddy of mine from the war. Well, I'm sure you two will want to polish some old war stories. Good evening, Jack. Mr. Sheldon. Good night, sir. Take a seat, Courtney. We need your help, Jack. I told you I would have nothing to do with that. I'm fine too, Jack. Medical school's going well. I got a part-time job. Do dope peddlers need part-time jobs? We made a mistake and we're in trouble, Jack. A local gangster, Mickey Cohen, is putting on the squeeze. So hand it over, walk away. What's stopping you? We had a deal with them. That they would dole it out slowly. They said they would supply abortion clinics and doctors. But they've been moving it on to addicts. And they can't cope with the purity. So your problem is with gangsters being dishonest? My problem is that people are dying. And if this gets back to us, we'll all end up in jail. So how am I supposed to help, Courtney? This isn't the war. I can't just wave a magic wand and clean up your mess. We want you to negotiate, Jack. The only thing these guys understand is force, Sheldon. They got to the top back east by proving to be more vicious than the English, the Irish, and the Dutch. They make their own laws. That's the nature of a secret society. For God's sake, Courtney, you want to be a doctor. How can you fight with that? We are better trained, Jack. I didn't make it through the war to come back to this kind of shit, Sheldon. It looks familiar. It's better to match the mark under Teresa Terroldsons chin. Yeah. Ackerman doesn't look like much of a dancer. That's I know. Mhm. He, and there is also the initial duty on TT. Also right, that's right. He is the right that's what we do. Er, of course, just like the last time, that's right, I was suddenly in the neighborhood and have it with, of course, because I need that money. But yeah. Na, good. na gut gehen wir verhören auto da bleibt ja nur noch das zentrale wie wir links rum ganz schön viel fahrerei in diesem fall wir fahren von a nach b nach b nach a nach c nach dennoch in der hausse dann meine herren so waa 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 Gott, du wirst uns töten! 11K, Yellow Cab Nr. 3591, in den Körnern von Wilshire und Whitmer. Wiederholen, Wilshire und Whitmer, 11K. Äh, ja. Hey, komm mal! Wo ist der Cab jetzt? Ja, äh. Ich kann... 11K, weiter auf deinem APB auf Yellow Cab Nr. 3591. Fahrzeug identifiziert in Reggie's Café. Geht nach links auf Whitmer. KGPL klar. Kann ich da hin? Gucken wir mal auf die Karte, können wir da irgendwie... Ich will das jetzt finden. Zentralrevier. Ich hab auch keine Ahnung, wo wir gerade sind. Ich sehe mich nicht auf der Karte. Äh, ich muss die Karte nochmal neu aufmachen, damit ich mich selber überhaupt befinde. Ach, da bin ich. Ja gut, da bin ich aber auch gut versteckt. Ähm, ich würde ja jetzt dieses Taxi gerne suchen. Sie haben jetzt irgendwie Superior Laundry Services. Barrens Bar. Äh. Wohnsitz der Terrelsens. Tartort ist da oben. Obdachlosenlager ist hier. Zentralrevier ist dort. Widmer. Irgendwas... Irgendwas mit Widmer haben sie gesagt. Das ist ja doof gemacht. Also da bin ich ganz ehrlich, das ist mir sehr unübersichtlich auf der Stadtkarte. Äh... Ja, muss irgendwer hinfahren und gucken, keine Ahnung. Finde ich ja nie so. Das tut mir leid, dann fahre ich weiter zum Zentralrevier. Ich würde da ja gerne hinfahren und das jetzt mal mich dessen annehmen, aber... Siehst du in Valencia? 4th Street, 3rd Street, das heißt... 5th, 6th. Jetzt müssen wir einfach Valencia finden. Sanchez-Broadway, Alive, Grand, Figuerra. Äh... Moment, ranzoomen. Gut, hier geht ja mehr keine Straße. Figuerra, Flower, Grand, Alive, Broadway. 6th Street. 6th Street. Hier hinten irgendwo. Hier war vorhin Whitler ja auch genannt worden. Oh, meine Herren. Ja, ich kann Valencia ja nicht finden auf der Karte wieder mal. Ah, toll, mein Partner kann jetzt nicht fahren. Ah, toll. Ja, wir haben's eilig. Oh, Alter. Habe ich erwähnt, dass ich diese Quest gerade irgendwie ganz blöd finde? Äh, liebe Leute. Car 11K, Yellow Cap 3591, was just seen leaving Dewey's Carsales. Driving north on Union Drive. Union Drive. Nach Norden auf dem Union Drive. Ja, wenn man den irgendwie... Also ich fänd's schön, wenn sie dann das irgendwie markieren würden. Denn, äh, ich kann's im Moment überhaupt nicht einordnen, wo wir sind und wo wir hinmüssen. ... Und das finde ich doof. Äh... 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 Achso, nee, das ist ein bestehktes Fahrzeug. Ich bin völlig überfordert gerade. Union Drive. Liebe Leute, ich mache an der Stelle mal einen kurzen Cut. Wir sehen uns gleich wieder auf der Weltkarte. Ich muss mal eben gucken, wo ich den Union Drive und sowas finde. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin wünsche ich alles, alles Gute und sage ciao, ciao.